Das war mein erstes Auto. Mit 15 Jahren hätte ich das gefahren. Mit 15? Aber du hast doch gar keinen Führerschein. Nein. Man hat nur eine Rennlizenz. Schon schnell. Die fahren ja schon über 200. Also die fahren so 220 Stück. Das ist schon hart mit 15 einfach so links. Schon schnell. So sah ich aus schon. Hier, Baby Daniel.